Willkommen liebe Freunde zu einer neuen Episode bei Kevin Wolter. Heute mal wieder mit Kevin Wolter reagiert. Und zwar reagieren wir heute auf Tanzi. Tanzi mal wieder, Tanzverbot. Und zwar startet Tanzi eine Transformation oder irgendwie sowas. Ich habe das Video noch nicht gesehen. Sie sehen es auch jetzt gerade das erste Mal. Und ich bin mal sehr gespannt, was Tanzi da macht und tut. Und wie er es macht und tut. Ich habe ihm ja auch damals meine Hilfe angeboten. Ist leider nicht dazu gekommen. Hat da ein bisschen Probleme gehabt. Irgendwie keine Ahnung. Oder wollte nicht. Auf jeden Fall gucken wir uns mal an, was der junge Mann jetzt so treibt. Und Freunde, bevor es richtig losgeht, noch eine kleine Werbung unterbrechung. Wenn ihr momentan ein paar Supplemente für euer Immunsystem braucht. Oder auch Klamotten, die euer Homeworkout unterstützen. Da haben wir bei SmileDocs und bei Neosubs einiges parat für euch. Und ihr könnt mit dem Code Kevin10, wenn ihr diesen bei Gutschein eingibt, fette 10% euch sichern auf den kompletten Warenkorb. Los geht's! Oh Leute, was geht? Doppelpil? Doppelpil? Aber er ist besser in Form. Also wenn ich ihn so sehe, sieht er auf jeden Fall besser aus als früher. Also er sieht fitter aus. Der Bauch ist nicht so dick, glaube ich. Das Gesicht sieht besser aus. Er sieht frischer aus. Also ich weiß ja nicht, ob er jetzt schon angefangen hat. Das werde ich ja jetzt erfahren. Aber auf jeden Fall ist da schon eine körperliche Veränderung zu sehen. Traurig sein. Nein. Geht heute überhaupt um kein Thema, was irgendwie schlimm sein soll. Es geht einfach nur darum, was ich an meine. Verändert hat. So ein Tag Karatene komplett durchgedreht. Einen Tag Karatene. Nein. Ich werde euch einen zweimonatigen Rückblick zu meinem Körper, zu meinem Aufenthalt auf Madeira führen. Ah, okay, cool. Diese Rückblick. Zwei Monate war er auf Madeira. Ich habe das mitbekommen, er war bei Unge. Und scheint ihm auf jeden Fall gut getan zu haben. Also ich bin mal sehr gespannt jetzt. Ja, habe ich auf meinem Kanal schon ein-, zweimal gemacht. Also einmal, wo ich zwei Wochen hier auf Madeira war. Und einmal, wo ich einen Monat auf Madeira war. Und jetzt habe ich mal einen Monat Pause gemacht. Weil alle zwei Wochen, das ist zu wenig. Da passiert zu wenig, dass man auch wirklich Resultate sieht. Deswegen habe ich jetzt einen Monat Pause mir gelassen. Und ja, jetzt zu dem Zeitpunkt dieses Videos, zu der Aufnahme dieses Videos, bin ich zwei Monate auf Madeira. Oder ein bisschen mehr als zwei Monate. Und werde jetzt mit euch mal darüber reden. Das Video geht schon eine Minute und ich habe immer noch nicht darüber geredet. Ich muss sagen, der erneute Monat, also der Anfang, zweite Monat, hat sehr steinig begonnen. Einfach aufgrund dessen, dass ich krank wurde. Ah, krank ist mir scheiße. Und ich hatte einen Versuch, das leider gleichzeitig passiert ist. Also ich wurde krank in Form von, ich habe ziemliche Halsschmerzen bekommen. Also nicht diese normalen Schluckhalsschmerzen, sondern so eine, wie hieß das, Seitenstrangagina. Also ich hatte einseitige Halsschmerzen nicht. Seitenstrangagina? Noch nie gehört. Dann bin ich auch zum Arzt gegangen, habe mir Antibiotika geholt, durfte leider vier Tage auch so in keinen Sport machen. Ja, vier Tage ist jetzt kein Weinbruch. Aber ich bin immer so ein Verfechter von diesem, der Körper regeneriert sich selbst Typ bin. Wisst ihr, hat nichts gebracht, habe mir unnötig Zeit verblendert und konnte so gesehen eine Woche nicht trainieren. Und in dieser Woche, wo dann auch meine Familie da war, habe ich mich dann auch essenstechnisch, glaube ich, ein bisschen gehen lassen. Aber ist halt so, wenn die Familie da ist, dann muss man auch mal gut essen. So, dann mal eine Woche, jetzt ist kein Weinbruch. Solange du danach wieder Gas gibst, Tansi. Was ist los da? Ich habe mir auch ein, zweimal eine Schokolade gegönnt. Dazu komme ich auf jeden Fall noch. Schokolade ist auf jeden Fall mein Killer, generell süßes Zeug. Schokolade ist von jedem der Killer, glaube ich. Ich war jetzt auch in den zwei, ich war kein einziges Mal bei McDonald's. Ich stand mal davor, weil andere sich da was holen wollten. Super, top. Der hat ja, also er war kein Mal bei McDonald's, ist ja schon mal eine riesen Veränderung. Weil er hat ja sonst von McDonald's gelebt, ne? Und das ist ja unglaublich. Da auf jeden Fall schon mal Hut ab, dass du da so viel Disziplin an den Tag legst. Sonst hätte ich ja nicht gedacht, Mensch. Ich brauche es nicht. Also dieses fettige Essen, dieses McDonald's Burger essen, dieses fettriefene Irgendwas, das brauche ich nicht. Ich würde gerne mal wieder einen Burger essen, aber mein Körper braucht es nicht. Also ich bin auf jeden Fall nicht fastfoodsüchtig. So viel kann ich sagen, weil ich bin immer der Annahme gewesen, dass ich ein fastfoodsüchtiger Mensch war. Ich glaube, ich bin einfach nur ein extrem fauler Mensch und genieße einfach nur dieses... Aber das ist der Unterschied von vielen. Viele denken so, ich brauche das, aber nee, ihr braucht es nicht. Es ist einfach nur einfach. Ihr geht mal schnell dahin, holt euch das. Klar, das ist einfach, es ist schön, aber es ist halt nicht gesund. Und da könnt ihr, wenn ihr selber euch in die Küche stellt und mal 10 Minuten kocht, was viel, viel besseres zaubern als sowas. Ich glaube, das war das, was in mir so diesen Gedanken hervorgerufen hat, dass ich süchtig bin. Was ich allerdings nicht ablegen kann, ist, dass ich auf jeden Fall zuckersüchtig bin. Das hat sich leider auch jetzt mehrfach gezeigt. Das ist leider immer noch eine jahrelange negative und falsche Ernährung. Generell muss ich sagen, die ersten zwei Wochen, den ersten Monat zu den ersten Monat und eine Woche habe ich mich sehr straight durchgezogen hier. Also rein von der Ernährung habe ich krass durchgezogen und wirklich alles gegeben, war mit voller Motivation dabei. Und irgendwann ist man immer so einen kleinen Kilt-Kilt. Aber das ist auch ganz normal, dass alles mal einen Monat lang gut läuft oder zwei Wochen gut läuft. Und dass man dann immer wieder so ein kleines Down kriegt und immer wieder zurückdenkt. Und dann ist es halt wichtig, dass man wirklich dran bleibt und weitermacht und sich nicht unterkriegen lässt. Und das macht ja den Unterschied aus zu den Leuten, die immer scheitern. Ich kann euch jetzt schon sagen, ich kann euch jetzt schon spoilern, ich habe trotzdem abgenommen. Rundlich abgenommen, glaube ich sogar. Also ich habe trotzdem geringeres Gewicht als im letzten Video erzielt. Vielleicht nicht ganz so krass, aber ich weiß auf jeden Fall, dass das Gewicht, was ich jetzt in dem Zeitraum verloren habe, nicht irgendein Wasser ist. Jetzt weiß ich, dass in dem Monat, im letzten, zu diesem Monat ich auf jeden Fall auch Fett abgenommen habe. Und das sieht man ja auch rein an meinem Gesicht. Ich wollte gerade sagen, das Gesicht ist viel frischer. Was ich auf jeden Fall positiv erwähnen kann, ist, dass ich Sport für mich absolut verinnerlicht habe. Also ich habe übertrieben Bock, mich zu bewegen. Das freut mich. Ich spüre es auch einfach, wie alles besser. Das ist doch eine tolle Sache. Sport ist eine wunderbare, tolle Sache, die einem so viel zurückgeben kann. Ich habe einfach Bock auf Fitnessstudio. Ich gehe alle zwei Tage, weil der Körper muss sich ja auch regenerieren. Richtig. Letztendlich habe ich dann mit Kudowu, das ist ein anderer YouTuber, Grüße gehen raus an dich. Der trainiert ja schon zwölf Jahre. Mit dem bin ich dann so, habe ich so Einzeltraining gemacht. Also einen Tag, wenn man jemanden hat, an dem man sich so ein bisschen halten kann, der einen so ein bisschen mitzieht. So jemand, der besser ist als einer selbst, ist immer eine wichtige Sache, dass man sich mit Leuten gibt, die besser sind, gerade beim Sport. Damit man von denen noch was lernt, die einen mitziehen und nicht mit Leuten trainieren, die man dann eventuell noch selber weiterhelfen muss. Deswegen, das ist schon mal auf jeden Fall eine gute Strategie gewesen. Dann mache ich, was weiß ich, einen Tag mache ich Knie, einen Tag mache ich mein Gebiss. Mann, ich bin so übertrieben, aber einen Tag mache ich hier Arme, dann Schulter und sowas. Ich habe da keine Ahnung von, ich habe mit ihnen das mitgemacht, weil er mich da mitgezogen hat und das hat auch extrem viel bewirkt. Ich bin sonst immer so ein Typ gewesen, ich bin immer diese Trainingsgeräte gegangen, also wo dann immer welche vorinstallierten Übungen drin waren. Ja, Maschine, aber ja. Das war halt am leichtesten so, ich bin halt viel alleine gegangen, auch durch dieses ganze... Leicht ist nicht immer der beste Weg, ne? Das Geilste, was mich richtig pusht, ist, ich bin der Annahme, dass man einfach so, ich gehe das öfter so, einmal in der Woche gehe ich so an den Spiegel und gucke, ob sich irgendwas verändert hat. Und am Bauch sehe ich das selbst immer nicht so, weil der Bauch, keine Ahnung, der Bauch ist schon immer da und ob dann Zentimeter mehr oder weniger ist, das sehe ich nur in einem Sohn vorher. Dann messen doch einfach mal, Körpermaße nehmen, ganz wichtige Sache, um Erfolg zu sehen. Ich werde jetzt mein T-Shirt ausziehen, wenn ihr keinen Bock darauf habt, dann schaltet ab. Im Sitzen ist es jetzt natürlich auch blöd, wenn ich mich jetzt sitze, aber ich führe euch schon mal was zeigen. Das ist doch viel besser geworden. Könnt ihr mal gucken, wo sieht der Bauch jetzt aus? Ich weiß nicht, ob sich da jetzt so viel verändert hat. Ich glaube schon, also ich glaube, da hat sich einiges verändert. Die Brust, die Schultern, die Arme, der Nacken. Das kommt mit der Zeit, das dauert halt ein bisschen. Das ist auch so, ja, ich habe voll trainiert, weiß, und habe hier so eine Körperhaltung, jetzt kriegt ich mal einen. Jedenfalls habe ich mir das öfteren aus Schokolade geholt, dann waren auch noch Anlass von da und die ganzen Leute. Und deswegen habe ich mich auch immer mal wieder ein bisschen gehen lassen. Und im Großen und Ganzen will ich euch was zeigen. Und wenn ich jetzt hier so mache, wenn ich jetzt einfach nur so, ihr müsst, guckt euch das an. Ihr seht, ich weiß nicht, guck mal, ich spanne jetzt einfach mal an. Mann, ihr könnt das nicht richtig sehen. Warum hole ich mir nicht mal eine richtige Kamera? Aber wenn ich das so mache, ich habe keine Ahnung, ich kann nicht posen so, aber ich mache immer, ich mache das manchmal. Wir können ja gerne mal ein Posing-Seminar machen, lieber Tanzi. Dann zeige ich dir mal, wie man sich richtig in Szene setzt. Ein Tag Quarantäne, lebt komplett am Ende. Ich gehe ins Bad und mache immer so und ich bin ja Meinung, ich habe doch eine Veränderung, oder? Das sieht doch schon ein bisschen so aus, als ob sich was verändert hat zum Anfang. Ich weiß nicht, ob ich mal erst ein Video auch so gemacht habe, aber das sieht doch aus, als ob ich schon was habe, oder? Also hier sieht es anders aus, hier habe ich vielleicht ein bisschen Bizeps bekommen und das, auch wenn es nicht viel ist. Einige Leute lachen sich wahrscheinlich tot, die irgendwie ein Prozent Muskelmasse oder nicht. Ein Prozent ist sehr, sehr wenig, Tanzi. Aber ich sehe einen Unterschied. Auf jeden Fall sieht man einen Unterschied. Das habe ich noch nie gesehen. Und wenn ich es richtig so mache, dann geht es schon einigermaßen. Und generell, ich ziehe das jetzt mal wieder an kurz. Ich wollte gerade auf meine Uhr gucken. Ich habe keine Uhr. Also hier drüben, ob ich die Uhr frisst. Er ist schon süß, er ist schon echt süß. Ich mag ihn wirklich sehr, also er ist ein cooler Typ. Da habe ich jetzt schon wieder den Punkt verloren, wo ich gerade war. Im Großen und Ganzen muss ich einfach sagen, dass mich das unglaublich pusht. Einfach ein komplettes Chaos in der Person, aber total liebenswert und süß und authentisch vor allen Dingen. Ich habe normalerweise immer nur so einen fetten Arm gehabt. So eine Kugel und jetzt sieht man hier schon so eine Umrisse. Wisst ihr, was ich meine? Und ich finde das ja mega, also für mich, ich finde das mega attraktiv, wie das aussieht. Ich feiere das, das pusht mich. Und deswegen will ich weitermachen. Das Problem ist, es ist alles geschlossen. Ich kann nicht weitermachen. Jetzt gucke ich mir irgendwelche Videos an, wie man hier zu Hause trainiert. Und da sitzt ihr den ganzen Abend rum und macht so und so und so. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe halt auch keine Trainingsgeräte und kein gar nichts hier. Deswegen muss ich halt... Ich habe da übrigens ein gutes Video zu gemacht, Hansi. Homeworkout. Was ich jetzt nicht mehr machen kann, weil das Fitnessstudio beflossen hat. Das haut mich einfach um, weil ich einfach so übertrieben motiviert bin, meinen Körper in Form zu bringen. Weil ich einfach erste Resonanz auch von meinem Körper halte. Ich weiß nicht, was ich mache. Ich kann das nicht kompensieren, weil ich auch einfach kein Trainer oder sowas bin. Und mit eigenem Körpergewicht zu trainieren, ist halt auch sehr anstrengend, weil ich ja noch Anfänger bin. Das ist ja so. Oh Gott. Einmal auf den Boden gegangen, kann ich nicht mehr. Ja, mein... Nein, weil... Ja, ich wiege halt immer noch 110 Kilo. Stimmt. Stimmt, das Gewicht. Gewicht, was ist da los? Das Gewicht wollte ich euch zeigen. Jetzt habe ich es euch schon gesagt. Das ist doch unfair. Wir gucken mal. Und ich wiege gerade 110,8. Ohne Sachen, nur mit Unterhose wiege ich 110,5. Und ich muss sagen, das ist ein deutliches Ergebnis. 110,8 Kilo ist sehr gut. Ja, wo bist du gestartet? Ich habe seit 8 Jahren oder so nicht mehr. Es gab irgendwann mal den Punkt, wo ich extrem zugenommen habe. Und seitdem bin ich dann halt auch über diesem Gewicht geblieben. Aber ich gehe wirklich darauf zu, unter diese 110 zu gehen. Und dann weiß ich, dass es nicht mehr zweistellig ist hinter dem 100, sondern nur einstellig. In 2 Minuten ist die Schokolade weg und dann ist doch blöd. Und ich sehe auch daran, dass es keinen Sinn für mich macht. Aber diese Sucht, die muss ich noch bekämpfen. Das ist mein einziges Laster, was ich gerade habe. Fastfood und dieses ganze Zeug, das interessiert mich nicht. Aber das ist doch schon mal ein riesen Fortschritt. In der Ruhe liegt die Kraft. Langsam, langsam. Stresst dich nicht so. Das Einzige, was ich wirklich noch habe, ist wirklich diese Schokolade. Das muss ich unter Kontrolle kriegen. Ansonsten hätte ich vielleicht noch bessere Ergebnisse erzielt. Aber im Großen und Ganzen bin ich auch damit zufrieden. Generell, ich fühle mich viel freier. Ich kann Strecken laufen ohne zu schwitzen. Ich kann stehen ohne zu schwitzen. Ich kann stehen ohne zu schwitzen. Das ist ja schon mal ein Fortschritt. Alles in Fortschritte. Mein Körper war einfach nur vom Stehen angestrengt. Manchmal bin ich in 10, 12 Kilometer, laufe ich am Tag. Und ich habe danach nicht das Gefühl, dass mein Körper nicht mehr kann. Sondern er hat da einfach weggesteckt. Und das pusht mich einfach, diese Resonanz zu erhalten. Von 0 bis jetzt. Ich würde jetzt einfach schon sagen, dass es ist mehr. Ich habe jetzt schon mal eine Riesenveränderung gemacht. Toll. Also ich bin nicht mehr unsportlich, würde ich sagen. Auch wenn ich jetzt natürlich nicht den sportlichen Körper habe. Aber rein von der Kondition her würde ich mich schon als leicht sportlich betiteln. Weil ich merke es ja. Ich schaffe relativ viel und habe auch eine ziemlich gute Kondition. So für das, von 0 auf das hier. Finde ich gut. Ja. Ja, auf jeden Fall. Riesenleistung tatsächlich, was du da gemacht hast. Also ich sehe es ja körperlich. Super Veränderung. Und alleine, dass du diesen Schritt gegangen bist und das Fastfood gestrichen hast. Schon mal toll. Mit der Schokolade, ja, das kommt auch mit der Zeit. Umso mehr Erfolge du auch beim Sport erzielst. Umso mehr wirst du immer so eine Sache nach hinten schieben. Weil du denkst so, ah, okay. Jetzt 600 Kalorien da. Wenn ich jetzt ein richtiges Essen esse, könnte ich einmal richtig essen davon. Das sind auch 600 Kalorien. Okay, dann esse ich lieber einmal richtig, als jetzt eine Tafel Schokolade zu essen. Okay, wenn ich Heißhunger bekomme, was kann ich dagegen machen? Dann esse ich vielleicht irgendwelche Low-Carb-Sachen oder trinke einen Liter Wasser, um den Heißhunger zu stillen. Oder esse einfach ein bisschen Salat oder sonst irgendwas. Also da gibt es viele, viele Wege, die nach oben führen. Und du musst nur den richtigen Weg für dich finden. Genauso wie ihr auch den richtigen Weg immer für euch finden müsst. Wichtig ist, dass ihr dranbleibt. Wichtig ist, dass ihr weitermacht. Euch nicht unterkriegen lasst. Und euch anfangs mal auch die Auszeit und die Ruhe gönnt, die ihr selber auch für den Körper braucht. Und hört auf euren Körper und hört auf euer Herz. Das ist ganz, ganz wichtig, Freunde. Ja, Freunde. Auf jeden Fall, wenn ihr zu Hause auch ein bisschen trainieren wollt, könnt ihr gerne mal das Camvolter Bootcamp abchecken. Das ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Dort gibt es auch eine extra Sektion für das Thema Homeworkout. Mit vielen, vielen Übungsanleitungen von mir persönlich. Wenn ihr mehr Reaktionsvideos euch von mir wünscht, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare, auf wen ich so reagieren soll. Und wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt Willkommen bei.